da auf dem boden da wir sind heute mitten durch den wald hier laufen eine richtige straße führt hier gar das soll wohl eine alte schmiede sein hier am fluss und ja die ist glaube ich sehr alt schon hast du einen besseren weg besser als mein weg hier das war mal ein geländer ja so gut ist der weg dann doch nicht war hier ist ja noch richtig was das soll der lkw sein ok krass doch also hier wurde auf jeden fall noch mal was neu gemacht ja das ist schon was richtig altes das ist der stuhl das ist ein teil oh man so treue dienste getan und jetzt vergammelt er hier aber guck mal es dreht noch ich würde sagen ein bisschen starter pilot und sag mal ist das ja komplett blech oder sehe ich das falsch ist alles blech richtig schönes altes ding hier ne ja die stützen stehen noch ne hier die ach du liebes bisschen hier ist ja wirklich gar nichts mehr da da auf dem boden da oh mein gott ich hab mich voll erschrocken ich hab angst vor sowas oh man ich hab angst auf den rauf zu treten hier sind ja auch mehrere ja also mir ist die auch ein bisschen gruselig location was oh guck mal hier wurde ein tier zerfetzt guck mal guck mal guck mal da ist der schornstein da hinten ist echt wie aus so nem film da Untertitelung des ZDF, 2020